Willkommen zurück bei A Way Out. Wir sind im Krankenhaus. Vincent muss operiert werden. Nee, Quatsch. Du bist der, der hier gleich operiert werden muss. Sag ich doch. Oh, ich bin jetzt vertauscht. Ich schließe mal die Zeitung. Ich habe gerade mal schnell die Zeitung mit den Fahndungsbildern entsorgt. Gut. So, also hier die Treppe hoch. Du darfst den Aufzug nehmen, oder? Das geht. 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 Oh komm, 4 gewinnt. Immer eine Runde 4 gewinnt. Wie darfst du eigentlich anfangen? Hast du gesagt, ich passe nicht auf, oder was? Man weiß ja nicht. Hätte ja Glück haben können. Ja. Das geht. 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 Ja. mal schauen in der geht das unentschieden aus wenn wir so weiter machen das kann sein ja ja gewonnen keine erhungenschaft doch es geht noch weiter zu haus ja gut machen wir noch eine runde wir könnten immer noch eine runde ja ja Come on, man. Alter, viel gewinnt. Wie lange ich das nicht mehr gespielt hab. Danke. Jetzt hab ich gewonnen. Jo. Gut, dann müssen wir jetzt noch eine dritte Runde spielen. Jeder hat einmal gewonnen. Noch eine Runde. Die alles entscheidende Runde. Hm. Hm. Ja. 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 Wie lange. Ach. Mist. Okay. Reicht, oder? Ja. Reicht. Are you scared to lose, Vincent? Na gut, dann lass mal gucken, dass wir... Oh oh. Hm. You guys seem familiar. Have I seen you before? Nah, I don't think so. Hm. Okay. Whatever. Oh, einmal ein Schlag in den Nacken. But your faces are so familiar. I'm sure I've seen you somewhere. They are. It's probably me. It is? Yeah, I'm here a lot. I... Got this disease. The doctors can't... Figure out what it is, but... Yes, you don't have to worry about it. They don't think it's contagious, it's fine. Alright, well, this is my floor, so... Alright, take it easy. Nice. I know. So... So... You excited to see your baby? More nervous. Understandable. I was nervous too, but don't worry. Den Schildern folgen, ne? Thank you. Thank you. Alright, this is... How can this be? I'm going back. 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 I can't. I can't. I'm gonna say something. I'm going back. I'm going back. I'm going back. I'm going back. What? What should I do with the analog stick? I'm going back. 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 I can't even take a look. Ja, ok. Klar. Alter, dass es auf dem Krankenhaus Bier gibt, du blöd Mann. Hey, guck mal, die Mondlandung. Da kann ich wahrscheinlich eh nicht mit rein, ich warte hier. Oh, okay, ich dachte ich darf gar nicht. Hätte ich jetzt auch gedacht, aber... Dankeschön. Hey Carol, bist du okay? Okay. Ich bin gut. Vincent, was machst du hier? Was wohl? Sie ist meine Frau, auch. Das ist Leo. Es ist toll, dich zu treffen, Mann. Ja, ähm... Baby girl, oder? Ähm... Ich lasse euch alleine. Ich werde nach draußen warten. Ja. Und, äh... Congrats, by the way. Kann ich sie halten? Okay. Kann ich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Hat er nicht, hat er nicht im Flugzeug gesagt, er hätte, so wie er das Kind gehalten hätte, hätte man gesehen, dass das das erste Kind war? Wie will der es dann beurteilen? Er ist doch gar nicht dabei. Ja. Und die Szene war auch irgendwie zu früh, ja? Und jetzt, er ist hier. Das Flugzeug kommt doch erst später. Ist doch immer so... Ach, das ist immer so eine, ähm... Ja. Rückblende. Ja. Rückblende. Ja, irgendwie so was. Sie ist so schön. Sie ist so schön. Sie ist so schön. Sie wissen... Ich liebe dich. Vincent... Bitte. Ich liebe dich. So viel. Ich muss das einfach zu Ende. Du musst mich verraten. Carol. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Ich möchte... Ich möchte... dass du mir vertraust. Okay? Things werden anders sein. Du sagst das, aber... du wirst dich verraten. Ich kann nicht leben damit. Ich werde das nicht passieren. Ich versuche. Du musst mir vertraust. Carol. doch. Lass mich raten. Polizei. Hört sich so an. Nicht mal wenig. Nicht mal wenig. Ich nehme die Feuerleiter. Oh, ich geh... Okay, dann lauf mal. Auf. Hört sich. Hört sich. Hört sich so an. Auch mal interessant. Das mit man... Nicht zusammen. Oh. So. Weg mit dem. Was ist das? Oh man! Oh! 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 Ey, wenn ich jetzt da rausgehe! Ist doch bescheuert. Scheint weggegangen zu sein. Seh ich ein bisschen anders. Alter, das ist ein Operationssaal. Ich habe nichts für wenn die Tür auflassen. Ok, das stimmt allerdings. Er ist da! Sie sind mit mir? Ok, komm mal, los geht's! Ach! Willst du kämpfen? Wir kämpfen! Er ist da! Er ist da! Don't let him get away! I'll beat every single one of you! Komm, geh weg, ey! Bung, bung! Tschüss! So, noch einer! Natürlich! Oh oh! Das war eng! Boah! Natürlich! Hei! Ich muss hier raus finden! Ah, dann das Fenster! Oh Scheiße! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, dass er so schade ist! Gott so schade! Bist du? Hast du mich bewegt? Oder war's für alleine? Ne, ich hab mich bewegt. Ich weiß nicht, dass er so schade ist. Ich weiß nicht, dass er so schade ist! Ich weiß nicht, dass er so schade ist! Ich bin nicht so sicher. Hey, think he came for the ventilation? Yeah, looks like it. Jetzt. So, where'd he go? I guess he'd jump down and run out. Yep. Yeah. Ja. Ich muss halt die Scheibe einschlagen. Da war ja jetzt kein Krupp dran. Ach du Scheiße. Du machst halt viel größeres Chaos als ich. I said back away, goddammit. You can't win this. Don't do anything stupid. Take it easy. Shut up. Just back away. Get over here. Fuck. Piece of shit door. Open. Ay, 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 ay. Oh, crap. Damn. Think, Vincent. Think. Rechts. Hier? Ja, setz dich einfach hier ins Wartezimmer. Einfach zusitzen. So langsam. Er biegt sofort rechts ab, wenn's geht. Oh, crap. Damn. Think, Vincent. Think. Ah, people. Good evening, ma'am. Good evening, officer. We have two fugitives at large in the hospital right now. I know, I know. My colleague just called me. I think it's these two guys in the paper. Yes. You seen them at all? No. Are they dangerous in any way? If you see them, you make sure you stay safe. Stay away and call for any of us, okay? Will it do? Let me know if there's anything else I can do to help. Sure. We'll be patrolling this wing for now, so we'll be close by. If you see or hear anything suspicious at all, you let us know, okay? Of course, officer. Thank you. Stay safe, ma'am. So, so, da müsste ich jetzt eigentlich hier rausgehen können, aber nicht. Ja, mach mal. Okay. Einfach durch. Denk gut nach. Ah, da sind die Waffen drin, ne? Ja. Ah. Du hast wohl fahren gelernt. Überraschungsmoment. Ich verschwinde dann mal. Ja. Ah, das ist meine Verfolgungsjagd durch die Stadt. Das wäre noch schöner. Wir sind auf dem Flugplatz. Du bist sicher, dass es ein guter Pilot ist? Ja, ein bisschen sicher. Komm schon, Mann. Ich weiß nicht, ich bin ein Fan von Heights. Keine Angst. Emily ist ein guter Pilot. Sie war praktisch geboren auf dem Flugzeug. Ich weiß nicht, ich bin ein guter Pilot. Ich weiß nicht über das, aber danke. Okay. Emily. Das ist das Ding fliegt? Was sieht aus wie eine Bicke aus? Natürlich fliegt. Woher geht es? Wir gehen? Mexiko. Mexiko? Du musst mich nicht fliegt. Das ist weit zu weit entfernt. Ich bin nicht fliegt nach Mexiko. Emily. Du kennst dich immer gut. Wenn du nach Mexiko bist, du musst mich viel mehr als gut. Wir spielst du doppelt. Der Steak ist da. Doppelt, oder? Du gut für das, Vince? Ja. Ja. Wo geht es? Wo denkst du? Mexiko. Wo soll ich los? Das finde ich vor. Ja, fast Paul. Bitte 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 Oh, oh, wait, what? No! No, no! Hey, here you go Hey Vincent, who is this Emily, really? Don't even ask You ready? Yeah, I just need to fill her up, help me out Sure The gas tank's right over there Yeah What do you think? Is this a good landing spot? Let me see Yeah, but it's gonna be a long walk through a dense jungle That's fine You could also parachute down here, that would get you way closer Eh, no thanks, I'm not good with heights Whatever you want Wait, Emily Do you have parachutes here? I do Hell no, Vincent, are you crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care, I haven't even seen a parachute before It's not that hard, you just pull a cord Right, Emily? Well, technically, you're right Come on, what do you say? Weißt du, was ich sagen würde? Beim nächsten Mal Richtig Das ist beim nächsten Mal, Freunde Wir sagen dann mal bis dann und Ciao Ciao Ciao